So, schauen wir mal, ob das läuft. Ich bin halt, ne, ich bin halt gespannt, wie der Parler performt. Der hat halt irgendwie 3, 4 und da das Score nur. Also der hat noch kaum im Plus gemacht, hat aber relativ gutes Gear über PvP, ne. Eventuell reicht es ja tatsächlich. Wir ziehen ihn in die... Oh nein, die kennen das nicht mit der Ecke. Okay, vielleicht hätte ich das vorher schreiben sollen, dass wir den in die Ecke ziehen. Mal schauen, was der Parler so rausfiehlt. Also eigentlich, eigentlich muss er gut was raushallen, ne, können. Aber wahrscheinlich macht er wenig, äh, oder wird er wahrscheinlich die Mechanics nicht kennen, ne. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ah, jetzt haben wir beide gekickt. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich und der Mage haben beide einen Kick draufgehauen. Das ist jetzt ein 15er. Ah, boah, jetzt hat kein... Ah, doch, okay, der eine hat noch einen Kick, der Shami. Ne, das ist klar, Alter. Ah, ich wollte, ich wollte meine Tasten umbeinden. Richtig. Oder warte mal, auf... Was habe ich... Wenn ich das einfach da oben hinpacke? Warte mal. Vielleicht... Jetzt muss ich mal gucken. Naja, das war doch was anderes. Hä, warum habe ich dann vorher immer die Flas rausgehauen? Muss nachher nochmal gucken, auf was das genau ist. Hä, jetzt habe ich es wieder vergessen. Du stellst es so dar, ob ich meinen würde, dass jeder Parler besser als jeder Priester ist. Das stimmt gar nicht. Ich habe bloß... Mir ist bloß aufgefallen, dass Priester relativ oft zum Strugglen anfangen und das dann hinten rum geht. Und das bei deutlich schlechter equippten Paladin, beziehungsweise auch bei Druids, meistens besser aussieht, ne? Meistens zumindest, nicht immer, aber... Vielleicht ist der Parler einer, der mit drauf dpsst, ne? Achso, jetzt habe ich... Na okay, dann sehen wir den halt nicht. Müssten wir mal ihn hier ins Fokus packen. Okay, der wurde da schon gekickt. Dann kann ich nochmal den kicken. Hauen wir mal mein Schild drauf. Okay, also die Kicks kommen auf jeden Fall. Jetzt habe ich das umgedingst. Okay, also das Binding klappt schon auch nicht. Ich muss mal gucken, was das für eine Taste auf der Maus war. Eventuell kann ich nämlich... Ähm, eventuell kann ich nämlich das irgendwie auf meine dritte Maustaste drauf binden. Dann muss ich es nicht immer klicken, weil das ist eigentlich übelst Kacke, wenn ich ständig, ähm, diese Zwuteffekte entfernen, ne? Besänftigen heißt es. Wenn ich das immer klicken muss. Das ist immer übelst der Rotz. Aber ich will nicht mit Modifier das machen, weil das ist auch immer nicht so ganz geil. Schau mal, der Parler haut gerade sogar mehr Schaden raus, als die... als der Shami und so. Mal schauen, aber der Shami, der hat halt eine Waffe, die aus Mytyplus Null ist. Also so richtig bitter von der Waffe her. Okay, und den haben wir jetzt gelernt, dürfen wir nicht mehr ziehen. Großartig. Okay. Mach das mal so. Also dahinter dürfen wir nicht pullen, haben wir gesehen gehabt. Schau mal mal, wie viel Schaden wir haben. Ich glaube, ich lasse den jetzt hier erstmal stehen. Ich ziehe den nicht mehr dahinter. Das macht wenig Sinn. Kommt er wieder zu mir zurück? Ah, schade. Ah, ich stehe in der Suppe, ne? Hatte den Speer. Den vielleicht ein bisschen raustragen sollen. Ich bin vorher hier an den Run gelaufen. Da habe ich auch den... Jetzt spüre ich den Speer. Ähm, einen Run gelaufen. Da habe ich den Boss hier auf den anderen draufgezogen. Hier, wo der Star war. Und dann ist er resettet, der Boss. Bei irgendwie bei 20, 10 Prozent, irgendwie sowas rum. Also fast fertig. Das ist halt richtig bitter. Das kostet dich dann halt, zwei Minuten nochmal den Boss runterzuspielen. Vor allem dann hast du halt kein HT, kein Pride mehr, kein gar nichts. Da habe ich richtig gekotzt. Jetzt ziehen wir lieber mal ein Schild hier. Oh, lauf doch nicht davor. Okay, warte mal. Jetzt ziehen wir den da mal so hin, dass ich beide vielleicht ein bisschen cleaveen kann. Naja, gut. Oder auch nicht. Will nicht schon wieder dahinter gehen, ne? Nicht, dass er wieder resettet. Also ich gehe nicht hier hinten raus. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat er auch ein... Vielleicht war es auch wegen einem anderen Spieler, wenn er den Speer auf einen wirft und einer mit dem Speer rausläuft. Das kann natürlich auch sein. Wisst ihr, was ich meine? Wo ist denn der dritte jetzt? Ah, da ist der dritte. Also ich kill jetzt die hier. Ich habe mir jetzt mittlerweile eine relativ gute Route zusammengebastelt, ne? Ich kill quasi diese Mobs hier. Dann gehe ich auf die andere Seite. Okay, jetzt muss ich mal... Obwohl, ich habe nur einen Debuff, ne? Eigentlich jetzt nicht so schlimm. Ach, fuck. Jetzt hat er sie nochmal refreshed. Gehe jetzt schon mal rüber, hätte ich gesagt. Hol die anderen her. Ne, 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 ne. Bleib da, bleib da, bleib da. Ich ziehe die runter. Ich muss teilweise hier ganz hinten rum gehen, dass sie mitkommen. Okay, jetzt sind sie halbwegs zusammen. Müsst mal rausfinden, welches von den Binds, die ich jetzt hier komplett habe, ne? Mein, ähm... Diese Maustaste nach vorne... Also ich habe so Seitentasten an der Maus. Und da würde ich es mir vielleicht draufbinden wollen. Aber... Jetzt muss ich es halt wieder klicken, ne? Das ist halt absolut abfuck. Also bis jetzt ist das mit der Heilung stabil, ne? Ich habe halt bloß ein bisschen Angst, dass bei dem einen Boss unser Heiler rippen wird, weil er die Mechanik halt nicht kennt. Das vermute ich tatsächlich. Aber mal schauen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob er die Instanz überhaupt schon gemacht hat. Der hat zwar anscheinend Gladiating, ne? Deswegen hat er das Gear, aber er hat keine Instanzen gemacht. Das wird sehr interessant. Ich habe jetzt vergessen zu gucken, was er an Damage beim Boss gemacht hat. Weil ein Parler kann theoretisch, wenn du es richtig machst, auch übles Damage rausbürsten. Also Parler, Heiler. Ich hatte mal einen Heiler. Der hat bei den Bossen über... Also 10, 12, 13 Karte rausgeburstet. Also DPS, ne? Gut, zwar jetzt nicht durchgehend, aber halt die ersten paar Sekunden. Da komme ich als Tank halt weit nicht ran. Also bin ich als Tank tatsächlich echt weit weg. Also hier haben wir dann gleich den nächsten Pride. Ah, schau mal, das Ding war schon mal sehr gut. Jetzt tun wir nochmal das orientieren. Okay, jetzt kommen sie dann durch die ganzen Casts. Habe ich halt hier noch ein paar Debuffs drauf. Ich hebe mir jetzt mal mein Schild auf für die nächste Gruppe am besten. Ich glaube, ich habe schon wieder den Mana-Bug, oder? Ja, ich habe schon wieder den Mana-Bug. Seht ihr das? Er ist die ganze Zeit auf 100%. Ich denke mir, hm? Verbraucht der gar keinen Mana, der Heiler? Das ist so ätzend. Das ist dann halt auch immer das Problem. Ähm, wenn du dann Heiler hast, die sagen, hey, hier, ich habe keinen Mana, gucke halt mal aufs Mana. Und ich denke mir so, ich habe doch aufs Mana geguckt. Aber ja, super. Ist halt wieder hardcore rumgebackt. Und wird mir nicht angezeigt. Und das ist dann halt richtig nervig. Da kann ich dann halt nicht mal was machen. Ich bin außer Reichweite. Den können wir runternehmen. Das ist halt so eine halbwegs harte Gruppe. Aber mein Schild habe ich noch. Gar nicht gebraucht jetzt. Das ging jetzt tatsächlich so. Jetzt nehmen wir den noch runter. Ich muss mir hier runter. Ja, also, ähm, vom Output ist auf jeden Fall gut was da. Aber der hat ja, hat ja auch fast Max Gier, der, also, ne, vom Item-Level her, der Heiler. Oh, der Schami, rennen... Hat er das absichtlich gemacht, dass er den Hit frisst? Ich weiß nicht, ob das geplant war von dem Schami. Weil es halt hier immer nervig, ne, wenn du das Tank reinläufst. Kriegst du sofort den Stun, dann kannst du die Mobs nicht antanken. Das ist halt schon fies. So, bei den nächsten ziehe ich wieder Ink. Halt, die muss ich vielleicht doch... Ich habe vier Stacks, das ist doch ein bisschen ätzend. Sechsmal auslaufen. Ich bin jetzt die Indie heute schon ein, zwei Mal gelaufen. Mittlerweile habe ich schon so meine Route für die Woche raus. Ah, perfekt, ich habe es erwischt, habt ihr gesehen. Kein Stun gekriegt, kein gar nichts. Hab mir schon gedacht, die müssen da irgendwo rumlaufen. So, Pi mal Daumen. Diesmal, ich habe Inka laufen, da müsste ich eigentlich auch dran stehen bleiben können. Sonst, ähm, laufe ich nach unten. Sobald Inka ausläuft, muss ich doch flitzen gehen. Denkt man, mit Inka kann ich durchziehen. Scheiße, ich habe acht Stacks. Ähm, war das so clever? Aber gut, der eine hat hier Dings drauf. Alter, scheiße. Die Stacks, die hauen so raus. Jetzt musste ich... Ach, okay, das hätte ich jetzt doch nicht tun sollen. Das war doch nicht so clever. Mal warten, bis die weg sind. Ist es besser, hier zu warten? Dann schenkst du zehn Sekunden vielleicht, äh, in Anführungszeichen her. Aber dann kriegen wir den Pride gut gespawnt. Ich will den mittleren pullen. Dann haben wir jetzt gleich den Pride hier. Aber wir haben ganz guten Schaden dabei. Also, ähm... Iron, ich grüße dich. Mal schauen. Jetzt habe ich den Heiler auch in einer Dings, ne? Warte mal, hat der auch das Trinket drauf? Ah, nee, das ist von... Von Tela steht hier, okay. Ups, jetzt habe ich, glaube ich, den Heiler gedingst, ne? Okay, mein Trinket habe ich nicht. Müssen jetzt halt dann die zwei großen, krassen Gruppen spielen. Na, hat. Aber das... Oh, fuck, war ich jetzt... Ah, da haben wir jetzt hitten lassen. Das war jetzt nix. Das war jetzt nix. Den interrumpten wir nochmal. Das orientieren haben wir noch einmal. Muss ich denen schreiben, dass wir skippen wollen. Gibt... Ich habe jetzt mal gestimmt, dass wir beide Packs machen. Aber das, was der eine gemacht hat, den Boss hier rauspullen, das war vorhin eine gute Idee, tatsächlich. Muss ich halt die hier am besten mit Inka runterspielen. Die andere Gruppe meine restlichen CDs rein. Und dann, ähm... Fuck, der eine hat seine Heilung durchgekriegt, ne? Man muss hier am besten immer den Heiler als erstes töten. Den hier. Das darf er nicht durchcasten. Gehe ich mal ein bisschen weg da. Oh, der hat... Hat er einen gekillt. Ich muss jetzt mal bloß nochmal kurz Bescheid sagen, was wir jetzt machen. Jetzt retze ich den einen. Ich muss näher ran. Ihr werdet ihr sterben. Okay. Also jetzt machen wir nämlich den Trash auf der anderen Seite. Da habe ich jetzt halt keine Inka für. Mal gucken. Aber ich habe Doppel-Wall. Also irgendwie muss das, oder müsste das schon ausgehen. Fuck it. Die Eule macht ein bisschen... Das ist zu weit im Gehen. Ich kriege die Agro nicht von allen ohne... Ohne Inka ist es ein bisschen hart. Uff. Ich bin außer Reichweiten. Inka. So. Okay. Ich habe noch eine Wall. Ich muss näher ran. Der eine ist glaube ich geprockt, ne? Oder? Ist der auch? Ja, der Shami ist geprockt. Das war jetzt nicht optimal, aber... Ich muss mir überlegen, ob wir den retzen. Das wird dann... Ähm... Quasi für ein... Ein Pride alle haben. Weil nach... Hier nach spawnt dann der Pride. Ich retze ihn jetzt einfach. Ach ne, der ist gedingst. Okay. So, die Inni steht und fällt jetzt halt da mit. Ob wir den... Ähm... Dings sauber runterspielen. Den Boss, ne? Wir haben jetzt dann eigentlich den Pride perfekt für den Boss. Das HT haben wir auch ready. Ich brauche ein Zimmer. Ich bin außer Reichweiten. Ihr werdet ihr sterben. Schauen wir mal, ob wir Damage haben. Das eine ist ein Frostmage, ne? Kein Fire, soweit ich das sehe. Meine Schnelligkeit ist unübertroffen. Das ist zu weit empfällig. Er bütet euch. Mit, ähm... Boss-Buff hat der Boss halt schon verdammt viel Leben, ne? Ich bin immer überlegen, ob ich meinen Trinket offensiv reinhauen soll. Fuck, die Dinger liegen nicht gut. Ich muss immer hin und her move'n. Obwohl, hier müsste ich halbwegs safe sein, oder? Ne, da bin ich nicht safe. Meine Schnelligkeit ist unübertroffen. Hütet euch. Bis jetzt haben wir einen halbwegs safe runtergespielt, ne? Ich glaube, ich wurde noch nicht getroffen diesmal. Also jetzt müssen wir ein In-Time spielen, dass ich meine Aufnahme hochladen kann. Man kann nicht sagen, ich habe sogar Movement hier. Gut, der lief gut. Wir haben noch 20 Minuten. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber, ne? Man weiß ja nie. Er ist zwei Tode bis jetzt gehabt. Ich schreibe denen jetzt immer mal, dass wir jetzt den einen Mob machen und dann quasi skippen. Ich muss näher um. Ich muss näher um. Hä, warum? Mit was sind wir im Kampf? Ich bin... Okay, ich war gerade mit irgendwas im Combat. Okay, die machen wir jetzt. Ah, okay. Der eine hat direkt gekickt. Normalerweise gucke ich, dass ich da meinen Kick draufhau, aber... Okay, jetzt hat der zweite. Ich hebe mal meinen Kick mal auf. Den mache ich jetzt. Mal interrupten. Okay, der Heiler ist gleich tot. Viel Trash kommt ja jetzt gar nicht mehr. Okay, den kick ich nochmal. Den können wir vielleicht mal runternehmen. So, jetzt kommt der Kack-Teil noch. Ich habe denen geschrieben, die sollen mir folgen. Ah, bitte stirbt jetzt hier nicht wieder einer. Okay, zumindest das kennen sie halbwegs. Ah, fuck it. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht bedacht gehabt, dass wir hier diesen Kack haben, ne, zum Auseinanderlaufen. Okay, bis hierhin sieht es gut aus. Pala hat Mana, dann können wir eigentlich loslegen. Schauen wir mal, wie wir das mit dem Soak machen sollen, ne. Weil wir haben, wir haben den Mage, der theoretisch soaken kann. Wir haben einen Parler, der theoretisch soaken kann. Oh weia, die liegen ja richtig weit jetzt auseinander. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn ich, wenn die da hinten mal alle stillbleiben, dann muss ich richtig weit laufen. Oh, kacke, der Par... Was macht der Heiler? Ich habe nicht genug Wut, um ihn zu retten. Ah, okay. Ja, das wäre jetzt nicht gut. Jetzt saugt der Anima an. Die Linke hat alle verteilt. Okay, soll ich die Orbs saugen? Alter, ich habe den Slow drauf, ne. Okay, der Mage hat anscheinend nicht soaken wollen. Ich habe jetzt halt mein Trinket fürs nächste nicht mehr. Keine Ahnung. Also wenn das jetzt nochmal so läuft, dann werden wir sterben. Oder wir machen genug Schaden, dass wir bevor am nächsten... Mal vor am nächsten, ähm... Aufsaugen, den Boss töten. Komm, ich ziehe jetzt hier nochmal Inker. Na gut, ich hätte... Ich hätte Doppel-Wall. Ich kann mir vielleicht Ding auch noch aufheben. Ähm, Bugskin. I don't know. Vielleicht reicht das ja. Ich ziehe mal den Bossen-Ticken weg hier. Naja, da kommt definitiv noch ein Aufsaugen. Ja, Pala könnte es halt easy mit Bubble machen, ne. Eigentlich. Aber ich glaube, der hat vorhin jetzt gerade Bubble rausgehauen. Ich glaube, die hat er jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich sollte... Ich sollte ein bisschen Wut pre-stacken. Meine Heilungen raushauen. Doppel-Wall und Ding. Vielleicht reicht es hier. Dass ich nicht sterbe. Wer uns im Weg steht, geht unter. 10% sind es noch. Er hat jetzt auch noch 10 Dinge. Ich weiß jetzt halt nicht. Ich glaube, es kommt noch, oder? Vielleicht kriegen wir ihn vorher. Ich habe sogar meinen Trinket wieder ready. Ich glaube, ich habe umsonst Wut gestackt. Tatsächlich. Jupp. Okay, das kam gar nicht mehr. Ja, gut. Habe ich umsonst hier... Komplett umsonst gestackt. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir den Endboss noch, ne? Da ist halt Movement alles. Da ist halt Movement alles tatsächlich. Und die paar Gammeltrash-Mobs halt. Aber gut. Die sollten eigentlich machbar sein. Die sind zwar ätzend. Aber wenn jetzt nicht Trash-Buff ist, gehen die eigentlich. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich zu nah an den anderen dran stehe, dass ich mit... Oh, fuck. Mit meinem Cleave... Das war jetzt nicht gut. Dass ich mit meinem Cleave quasi... Die anderen erwische. Ich finde es immer ein bisschen kacke, dass hier dieser Rand die Kamera einmal so ein bisschen einschränkt, ne? Ich würde gerne von da hinten schauen, aber das geht nicht. Das ist anscheinend eine... Ne, vom... Okay, jetzt haben wir uns... Vom... Hier ist anscheinend eine große, unsichtbare Wand. Wisst ihr, was ich meine? Das ist voll kacke. Dann bist du immer so komisch eingeschränkt. Besten finde ich es immer, hier von oben drauf zu gucken. Jetzt fange ich mit dem mal hier an und laufe dann langsam auf die andere Seite. Ich glaube, das kann ich... Dem kann ich auch ausweichen, theoretisch. Dem Hit. Hier so ein bisschen... Hier müsste ich safe stehen. Das ist nicht ultimative Schaden, aber ich glaube, dem kann ich ausweichen. Das andere Zeug haut tatsächlich mehr rein. Mal gucken, wo da die Dinger fliegen. Okay, doch, das passt hier. Wir haben ja nicht... Nicht viele Millis. Okay, jetzt sollte ich vielleicht den Debuff runternehmen. Ich habe hier gerade Inker laufen, da habe ich ein Schild drauf. Jetzt geht der Parler da mit in die Cleave Range. Jetzt laufen wir einmal da ganz rüber. Ich versuche halt immer auf der einen Seite das Zeug abzulegen und dann auf der anderen Seite den letzten zu spielen, dass du ein bisschen Platz hast. Weil das ist dann halt definitiv der Ätzende, ne? Der hat dann die Buffs von den anderen beiden und dann wird es halt ziemlich nervig. Okay. Sobald das geprockt ist, laufe ich da mal raus. Oh, die Eule geht hops. Ich habe noch meinen Trinket ready, also ganz zur Not. Jetzt muss ich mal schauen. Oh, warte mal. Den nehmen wir mal runter. Oh, fuck it. Das war jetzt nichts, ne? Schau, deswegen sollte ich mir das eine mal binden. Jetzt muss ich das klicken und bin da stehen geblieben. Komm, wo ich den hinziehe. Überall die Voids. Oh, fuck. Jetzt wurde ich ein bisschen erwischt. Hier, jetzt ziehen wir nochmal Wall. Nochmal Heilung. Uff, das war jetzt, das war jetzt close. Jetzt müssen wir noch einen Pride machen. Der Parler hat noch 50% Mana. Aber das Wierde ist, jetzt wird er nicht mal hier als 100% angezeigt, sondern auf 79 und hier auf 50%. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Ich sag's euch. Das ist so eine ganz Wierde-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich denen schreiben soll, dass sie safe spielen sollen beim Boss. Ich glaub, die wissen, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich das schreibe, oder? Jetzt haben wir nur noch den Boss, ne? Neun Minuten. Das ist eigentlich tippitoppi. Da kannst du nix sagen. Die Zeit der Verschmähten bricht an. Kannst du nix sagen. Die ziehen hier auch gleich HT, aber ich hab leider noch keine Inka ready. Wir haben zwei Battle Rats. Fuck, jetzt steht er in der Kuppel drin. So, jetzt kann ich den langsam reinziehen. Wenn ich mich mal ein bisschen... Fuck, jetzt ist es halt wieder genau in der Kuppel drin. Ich gebiete über den Speer der Arion. Ich bin außer Reichweite. Die Winde heulen vor Wut. Haben wir alle? Ne, da hinten sind noch zwei. Ach komm, ist der eine da im... Okay. Dieser blöde Engel, da habt ihr gesehen, war in meiner Sicht blöde Engel hier. Nehmen wir mal ein bisschen Inka drauf. Jetzt steht er daneben. Komm, bitte lasst sich keiner chargen hier. So, jetzt laufen wir da wieder rein. Stehen alle in der Kuppel, das sieht doch gut aus. Ach komm. Jetzt steht er... Ist die Kuppel wieder genau da blöd gespawnt? Oh nein, da hat sich einer treffen lassen, ne? Der Shami. Mal gucken, ob er noch anken kann, sonst wetzen wir ihn gleich. Rein, 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 rein. Mage, 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 was machst du? Okay. Jetzt hat sich der Parler... Oder? Hat er sich chargen lassen? I don't know. Nehmen wir den Kack hier. Ach, der hat mich instant dispelled. Ja gut. Die Eule sollte da jetzt... Shami, Shami, oh boy. Okay. Ich will den Key jetzt endlich mal fertig haben, wisst ihr? Deswegen bin ich hier ein bisschen nervös. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu starkes... Starker Ausdruck, aber... Ja, doch schon... Doch schon ein bisschen. In der letzten Gruppe haben sich die halt übelst wegratzen lassen. Also hier... Da haben wir... Haben wir richtig Party-Spaß gehabt. Hier mit dem Speer, ne? Ich sag's euch. Ich hab das einmal daneben geworfen und seitdem bin ich ein bisschen... ein bisschen vorsichtig damit. Weil die da im Westen müssen einmal fliegen lassen und dann werfen. Wenn du sofort wirfst, dann läuft's halt so, wie es das eine Mal bei mir. Du wirfst und im letzten Moment, bevor es eintrifft, zack, geht er rein und du gehst hopps und das ist halt so richtig bitter. So, jetzt nochmal alle hier rein. Kollege. Oh, der hat Convoke laufen. Dachte sich, komm. Komm, ziehen wir mal die Wall noch. Ja, nice. Haben wir den mal 15 in-time, jetzt fehlt mir nur einer und ich hab zwei Achievements gekriegt. Oder ne, eine Achievement, dass ich alle 10er in-time hab. Ich hatte den noch nicht mal im 10er in-time. Jetzt fehlt mir nur noch ein einziger, die andere Seite. Dann hab ich alle 15er auch in-time. Nice. Hat das endlich geklappt? Oft genug war ich hier drin in der Kack-Innie, ich sag's euch. Oft genug war ich drin. Warte, der eine schreibt ein Trinket. Was haben die so gekriegt? Oh, der eine hat einen Hals bekommen. Ich hab schon besser sogar mit Sockeln. Nicht so schlecht. Dann hat einer noch ein Trinket. Ja gut, schöner Run. Kannst du mich aus.